Millionär sieht sich als Widerstandskämpfer Angriff auf Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey, Helmut H., behauptet, dass er die Attacke auf Giffey als Akt des Widerstands gegen ein angebliches Komplott begangen habe. Er sei der festen Überzeugung, dass Giffey und andere Politiker in Berlin eine Verschwörung gegen ihn planten. Er fühlt sich als Opfer und sieht sich selbst als Widerstandskämpfer. Die Gutachterin, die die Psyche von Helmut H. analysiert hat, beschreibt ihn als paranoid und narzisstisch. Sie glaubt, dass seine Wahrnehmung der Realität verzerrt ist und dass er Schwierigkeiten hat, Empathie für andere zu empfinden. Helmut H. ist jedoch empört über diese Einschätzung und weist jegliche Vorwürfe von sich. Es wird auch bekannt, dass Helmut H. ein wohlhabender Mann ist und über ein beträchtliches Vermögen verfügt. Viele fragen sich, warum jemand mit so viel Geld und Einfluss zu solchen drastischen Maßnahmen greifen würde. Helmut H. hingegen betont, dass sein Handeln aus reinem Überlebensinstinkt heraus erfolgte und er sich gegen die angebliche Bedrohung verteidigen musste. Der Prozess gegen Helmut H. wird weiterhin fortgesetzt, während die Motive und Hintergründe seiner Attacke auf Giffey weiterhin im Dunkeln bleiben. Es bleibt abzuwarten, wie das Gericht das Verhalten von Helmut H. bewerten wird und welche Konsequenzen er letztendlich tragen muss.